Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Horizon Forbidden West. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So Dilly, jetzt geht's weiter. Da haben wir ja noch was vor uns. Da scheint auch noch eins zu sein. Interessant. Interessant, interessant. Welche Mission war das? Das Meer aus Sand. Und... Ach, das ist dann Poseidon. Ich glaube, das müsste ich ja dann eigentlich mal machen, damit ich länger unter Wasser tauchen kann. Ah. Ja, ja, ich mache zuerst deemlicherweise. Das schaffe ich sonst nicht vom Level, glaube ich her. Wobei, ich habe schon wieder viele Fertigkeitspunkte. Irgendwie gebe ich die nie aus. Ja. Habe ich so in den letzten paar Zügen bekommen? Äh, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Angetriebener Stachel. Es gibt so viele Stachel, aber sie wirft so lahmarschig damit. Das ist sowas, was mich so persönlich stört. Haltender Stachel. Uh, böse. Unterprogramme überbrücken. Ich stelle eine Maschine bei der Überbrückung auf aggressiv oder defensiv Verhalten ein. Eine Maschine zu... Ach, was. Ach, wa. Leco mio. Archi blanco. Ich finde Reparatur. Nein. Eine Maschine-Element plus passive Stärkung. Ähm. Gibt es eigentlich auch, dass sich die, die ich überbrückt habe, auch weiterhin überbrückt bleiben? Gibt es ganz unten. Dauerhafte Überbrückung. Ja, Schatz. Du hattest recht. Ah. Die sind schon geil. Das, das interessiert mich mega. Nach Maschinengesundheit. Effiziente Reparatur. Vielleicht habe ich die Punkte unten. Oh, Basinga. Oh, auf die Überbrückung. Ha, 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 ha. Geschafft. Grüße dich, Alisea. Ha, he, he, he. Alter, das interessiert mich. Defensive Haltung. Siehst toll aus, wie immer. Wenn man jetzt auf aggressiv schalten kann, ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Weil man dann halt sagen kann, hier, jetzt mach mal Attacke, ne. Und nicht so. Ja, wenn ich dann angegriffen werde, dann greife ich mal an. Oh. Servus. Oh. Das ist ein Horatius-Familie. Hundertprozentig. Geht eures Weges. Bin ganz lieb. Hat beseitet. Kinder, es gehört euch mal bitte vielleicht woanders. Vielen. Wieso kann ich den nicht überbrücken? Der hat einen Lila-Arsch. Der ist anders. Die, äh, 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 Gräber. Hat der einen Lila-Arsch? Lila ist zwar männlich, aber ey. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich weiterlaufen. Uiuiuiui. Ja, ich konnte im ersten Teil auch immer alle überbrücken, ob ich die nun hatte oder nicht. Das konnte ich auch so schon machen. Das habe ich sogar hier schon gemacht. Das muss nichts zu sagen haben. Das ist Reserve für später. Ey, Sliden im Sande. Für die Kröten-Echse wurde aufgeschlitzt. Das sollte ich nicht zum Drachen sagen, was, Schatz? Ich höre, dass Sie hier sind. Um Sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. Ich höre, dass Sie hier sind. Ja, hohe Fässer. Ein Treffer mit der richtigen Munition lässt das explodieren. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich bleibe lieber unsichtbar. Reiter haben die auch. Die Besser sind natürlich komplett auf der anderen Seite, ne? Das ist echt scheiße. Das war dein Helm. Ja, dann würde ich einfach ganz normal weitergeritten. Oh, mein Helm ist runter. Ach so, okay. Na, tschüss, Leute. Oh, Mann, da oben sind die fetten, ey. Oh. Mit wem? Oh, nein. Hier gibt es diese Hammerschwinger. Oh, nee. Ja, dann sind die nicht gut. Oh. Die Fässer kommen hier aber dran. Ups. Nicht, da kann Dachel. Da seid ihr aber runtergehauen. Uiuiui. Grüß dich, Dinosku, reden. Wie schaut's aus? Nicht, da feilt er. Oh, ein heftiges Bimschen. Einen Füger ist hier ein Biss. Ah, aber Eis ist ein Biss. Wenn ich jetzt so eine Dingschleuder hätte. Oh, scheiße, das ist insgesamt. Okay, jetzt wissen sie, wo ich bin. Hier oben könnt ihr mir nix. Hier oben bin ich unverwundbar. Ihr könnt mich nämlich nicht treffen. Ihr seid so blöd, so blöd, so blöd. Sie sehen mich sogar noch nicht mal. In deiner kühnen wohnung. Ja, bei mir ist es auch kühl. Ich kann mich nicht beschweren. Das war Widerseitenhelm. Genau, keine Gefangenen. Da hat sich aber auch keinen Arsch gehoben, ne? Warum muss ich immer dir folgen? Ich glaube, er hat es gerade so ein bisschen Puff gemacht. Boah, das war gemein. Hat er in den Arsch eingezogen. Ich bin der Schatten. Nö, das ist der einzige Unterschied. Aber trotzdem habe ich es auch kühl hier. Von daher... Ja, ich schlage ihm zu und verstecke mich. Immer noch an einem in den SEM-Platz. Hast du gesehen, wo dein Partner hin ist? Vermissen wir jemanden? Das muss ein Ende haben, jetzt. Du bist es. Aber toll, das schlägt den Leuten nicht zu. Ich fasse es nicht. Das hat gesessen. Was? 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 Boah, Eloi. Die Treffen. Wahlvoll sein. Bein, Eloi im Einsatz. Oh, Eloi. Bei der Eloi-Tan-Einsatz. Sie ist weg. Kann sie nur hin sein. Oh, mein Fenster ist auch offen. Sogar zwei Stück. Gut offen. Komm, dreh dich wieder um. Ey, wenn ich so einen Bohrer an einen Menschen dran werfe, ne? Müsste der doch eigentlich durchgebohrt werden damit, oder? Lass uns jetzt mal nicht an ihrer testen. Oh, sie ist hier. Oh, ich habe dich entgegen. Hütt! Oh! 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 Oh. Anfund. Ja, Hilfe, jemand da. Alles easy. Easy-Peasy. Alles easy-Peasy. naja viel will ja glaube ich keiner mehr nicht das ist hart bei menschen funktioniert das nicht so gut es geht voll in die hat fresse die hat das herz mal mit gefällt damit auseinander das ist nicht eine buchse hier gibt es nicht viele verstecke die kommen aber auch nicht auf die richter hier hoch zu kommen ich finde es ja gut dass ich die Brot zu finden oh er ist in Wäldshold nicht in diesen Helm abbreißen wir gar nicht aber wenn ich auf die Eier schieße gibt es mir schaden ok ja ich hab nicht gleich genug gemacht oh bist du langweilig was tut das denn jetzt auf dem Feld hab den Anführer erledigt die waren jetzt hier wirklich nicht so schlau ne war voll die Nase oh das war voll oh voll die Nase Halt Halt ne dem böse Schüsse alter von dir auch noch Oh 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 hast du grad deinen Reinher verloren Ja ich hab mich nicht weggelegt Das ging daneben Meiner auch Ja nicht Das waren alle gebilden? Oh ok Also ich will ja nicht sagen, aber das war die anstrengendste Rebellen-Camp-Freiung überhaupt Ja Aber das wäre cool wenn ich mich nicht weiß abzugucken hätte Dankeschön Dankeschön Nee, 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 nee Bist du da oben? Du greifst von da oben an Ich weiß nicht, im ersten Teil war das so Jo, die klettern da hoch Ja, oder dass dann alle da irgendwie was dann hochgeworfen haben Aber das war ja jetzt hier gerade ähm Ich sag nur Feuerring Best ever, ey Bin ich noch mal hingekriegt Seien Duve Du 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 die haben da was eingesperrt die sind ja nicht kaputt gemacht haben was hab ich denn hier eingesperrt Da brauche ich zu dir rein, irgendwie so, da sehe ich die vorher, irgendwie. Kann ich mir überlegen, lass ich ihn raus? Die Bestie ist frei! Die wollen sie mal drehen? Schade, ich habe gedacht, ich tippe weiter nach oben und schieße diesen Ballisten in den Arsch. Du schießt raus und findest dann so alte Ritterrüstungen und so. Die Zitatsion bist du nicht? Ich habe nur da gespielt. Habe du gefragt, wo mi Zitatsion ist. Mi Zitatsion? Mi Zitatsion? Mi Zit! Mi Zit! Mi Zit ist weg! Sooo... Mh... 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 Man, dieses Spiel versucht ein Krampfhaftart zu diesem Himmel zu kriegen, ne? Egal, was ich mache oder nicht, ne? Immer die Mission! Wir hätten hier noch... Naja, hier ist das mit Poseidon. Ach guck. Wir werden jetzt einfach mal das machen, was das Spiel will. Da hinten ist er jetzt. Hast du noch Treffer davon? Ne, das ist er nicht. Das ist das andere Vieh. Oh, das Ding fliegt nicht weit. Oh, was ist er? Haha, Treffer! Nochmal! Ähm, nicht nochmal. Oh, ey, damit kann ich echt nicht mehr mit. Um! Ah! Boah, das Ding hält irgendwie jetzt offenmal mehr aus als beim ersten Mal. ... Das schießt passiert nichts mehr. Oh... Das war ein Ruder. Um! Wir sind da zerlehnt. die zudat zu tun und dann hier habe ich sie fauchen gehört die andere ich kann nicht so weit runter ich brauche aber auch lahmarschig lange dazu wie sie es gleich tut da 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 da